Padmasana in Vasishtasana ist der Seitstütz im Lotus. Fabian zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Lotus. Dabei gibt dann das Gewicht auf einen Ellbogen, Unterarm nach vorne und auf das Knie. Dabei hebe den anderen Arm hoch zum Himmel. Diese Stellung kultiviert Gleichgewicht und die seitlichen Rumpf- und Armmuskeln.